Hallo und herzlich willkommen zum bereits vierten Teil unserer kleinen Portainer Reihe. In diesem Video installieren wir auf unserem Portainer Apache Guacamole. Was das ist und wie es konfiguriert wird, erfahrt ihr nach einem kleinen Intro. Apache Guacamole ist ein Quelloffenes Gateway. Es stellt Verbindungen über VNC, SSH und RDP über ein HTML5 fähigen Browser zur Verfügung. Somit kann man sich quasi von jedem Gerät über den Browser auf seine Maschinen zu Hause zugreifen. Ich habe hier schon mal vorab zwei Verbindungen eingerichtet. Einmal auf meinen Hyper-V mit RDP und zum anderen eine SSH-Verbindung zu meinem Ubuntu-Server. Wenn ihr mit eurem Browser in Vollbildansicht wechselt, wird auch die Verbindung über den ganzen Bildschirm angezeigt. Mit einem Klick auf Ubuntu SRV wird auch sofort die SSH-Verbindung aufgebaut und im Browser angezeigt. Dasselbe funktioniert auch mit einer RDP-Sitzung. Auf die Sitzung klicken und die Session wird im Browser dargestellt. Um den Container bereitzustellen, wechseln wir nun auf Portainer. Als erstes erstellen wir uns wieder ein Volume. Hierzu gehen wir auf Volumes und auf Add Volume. Ich nenne mein Volume einfach Guacamole und klicke auf Create the Volume. Das Volume wurde erstellt und wir wechseln zu Containers und klicken auf Add Container. Als erstes vergeben wir wieder einen Containernamen. In meinem Fall Guacamole. Das Image, das ich verwende, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auch auf meinem Discord-Server. Als nächstes benötigen wir die Ports. Wir fügen uns einen hinzu und ich vergebe hier jetzt mal für den Host den Port 8085 und der Containerport ist die 8080. Nun kommen wir zu den Advanced Container Settings. Bei Command & Logging aktivieren wir wie immer Interactive & TTY. Unter Volumes fügen wir unser zuvor erstelltes Laufwerk ein und verknüpfen es mit Slash-Config mit unserem Container. Jetzt vergeben wir noch unter Network den Hostname Guacamole. Als nächstes setzen wir noch die Restart-Policy auf Always. Das war's dann auch schon und wir klicken auf Deploy the Container. Das kann jetzt wie immer ein wenig dauern. Nachdem der Container erstellt wurde, klicken wir auf den Port und unser Apache Guacamole Anmeldefenster öffnet sich. Nun wechseln wir zu unserem Nginx Proxy Manager, den wir uns ja in Teil 2 installiert haben. Wir klicken auf Proxy Hosts und danach auf Add Proxy Host. Ich habe mir vorab nochmal bei DuckDNS eine neue Adresse mit dem Namen merlinremote.duckdns.org erstellt. Diese trage ich mir nun unter Domain Names ein. Wer wissen will, wie man sich eine solche Adresse erstellt, findet im Teil 3 dieser Videoreihe die Antwort. Als nächstes trage ich mir meine IP-Adresse ein, gefolgt von dem Port 8085. Da wir dem Ganzen auch noch ein Zertifikat geben wollen, klicken wir oben auf SSL und wählen Request a New SSL Certificate aus. Ich stelle den Schalter bei Force SSL auf An, akzeptiere die Terms of Service und klicke auf Save. Kurze Zeit später wurde auch schon der Eintrag erfolgreich erstellt und unser Apache Guacamole ist aus dem Internet erreichbar. Als nächstes richten wir uns nun eine Verbindung ein. Wir können uns mit dem Standardbenutzer GUAC-Admin und dem Passwort GUAC-Admin anmelden. Bitte ändert diese Zugangsdaten dringend ab. Nachdem wir angemeldet sind, klicken wir oben rechts auf unseren Benutzernamen und gehen in die Einstellungen. Wir wechseln auf den Reiter Verbindungen und erstellen uns eine neue Verbindung. Als erstes geben wir der Verbindung einen Namen und wählen das Protokoll RDP aus. Die maximale Anzahl der Verbindungen und der Verbindungen pro Benutzer stelle ich jetzt hier mal auf 2 ein. Nun gehen wir zum Abschnitt Parameter Netzwerk. Hier geben wir den Hostname oder die IP unseres Computers ein, auf den wir uns verbinden wollen. Als Port müssen wir den RDP-Port eintragen. Dieser ist 3389. Jetzt geben wir noch unsere Logindaten ein, mit welchen wir unseren Computer anmelden wollen. Wichtig, auf dem Gerät, auf dem ihr euch anmelden wollt, muss natürlich auch RDP aktiv sein und der User mit Passwort existieren. Wir aktivieren noch die Checkbox, um das Serverzertifikat zu ignorieren. Jetzt nur noch ganz nach unten gehen und auf Speichern klicken. Wir wechseln nun wieder auf die Startseite, klicken auf unsere Verbindung und diese wird aufgebaut. Um einen neuen Benutzer anzulegen oder bestehende Benutzer zu ändern, klicken wir auf den Reiter Benutzer. Wir klicken auf Neuer Benutzer und vergeben als erstes einen Benutzernamen und ein Passwort. Hier können dann auch Einstellungen getroffen werden, in welchem Zeitraum zum Beispiel sich dieser Benutzer anmelden darf. Unter Berechtigungen kann man dem Benutzer Rechte vergeben, welche Konfiguration er vornehmen darf. Ein Standardbenutzer würde von mir nur das Recht zum Ändern seines eigenen Passworts bekommen. Zum Schluss kann man noch konfigurieren, welche Verbindungen der User sehen und somit auch benutzen darf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich wie immer über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Habt ihr schon mal auf meinen neuen Discord-Server geschaut? Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Auf dem Discord-Server angekommen, müsst ihr als erstes die Regeln akzeptieren. Bitte lest euch diese durch und wenn ihr damit einverständlich seid, bestätigt ihr dies einfach mit einem Klick auf den grünen Haken. Danach habt ihr Zugriff auf die weiteren Kanäle im Discord. Im Kanal YouTube findet ihr zum Beispiel die Befehle, die ich in meinen Videos verwendet habe.